Wir haben jetzt unsere Spinne irgendwo verloren. Die kleinen Dinger machen zum Glück nicht viel Schaden und wenn sie auf mich gehen, ist es ja eh okay. Jetzt muss nur der Eineisterter weg. Ich muss mal kurz gucken. Dieser Helm, den ich hier hatte, ist 48 und meine sind 43. Okay, dann kann eigentlich nur ich den tragen. Bereit. Vorwärts. Gut. Schnell. Sofort. Applaus. Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Und ich hatte eigentlich vergessen zu speichern, glaube ich. Okay. Ein neuer Händler hat eröffnet. Ja, aber ich kriege immer noch keine neuen Titanen. Wie steht's? Aber zuerst gibt es eure... Gut, was kriegen wir diesmal? Axt der Unterwelt. Ich kann auch einfach gucken. Riesenkeule. Mana-Kristall. Das ist das Schild. Gold. Okay. Oh, dieses Mal sind die Dinger wieder voll. Oh, weil es Skelette sind. Ziemlich viele Skelette. Also wieder Zweiergruppen. Das ist jetzt Kampf Nummer 8. Ups. Muss ja auch natürlich sagen, dass ich bereit bin. Na? Sehr gut. Okay. Okay. Mir nach. Und los. Gladiatoren. Mir nach. Lasst den Kampf beginnen. Zur Ehre Aronius. Verteidigt euch. Verteidigt euch. Okay, die machen schon böse Schaden. Zeit zu sterben. Vor allem sie vergiften auch noch teilweise. Auf meinem Befehl. Jedenfalls die Dämonentöter. Und da ist bei jedem einer dabei. Also sind es immer Vergilter und Dämonentöter eigentlich. Bereit. Ja. 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 Sagen wir so, solange der Fernkämpfer auf mich geht, geht's. Jetzt kämpft. Achtung. Ja. Bereit und los! Schnell! Bereit! Vorwärts! Ja! Und ja, vielleicht sollte ich mir für die letzten beiden Kämpfe wirklich mal die Lebenskörbe auffüllen, sicher ist sicher. Mir nach! Achtung! Okay, da sollte ich Berserk benutzen. Zeit zu sterben! Okay, da sollte ich wegrennen. Hier, für die Rune! Ja! So, jetzt erstmal den Dämonentöter wegflügeln. Ja! 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 Genau! Ja! Ich mache dann den Dämonentöter her. Ich kenne den Greifen weiter mal heilen. Bereit. Auf mein Zeichen. Nochmal heilen am besten. So, jetzt geht es ihm wieder besser. Jetzt können wir den Vergelter noch wegmachen. So, wieder eine Quest. Also wieder eine Runde gewonnen. Wieder die Quest aktualisiert. Was ist es? Eiserne. Okay, was kriegen wir jetzt? Eine Schützenbühne. Okay, wir haben eine bessere wahrscheinlich. Wolfspanzer. Stab. Gold. Okay, dann kriegen wir wahrscheinlich beim nächsten. Oh je, Nachtmache. Die Nachtmache werden lustig. Sehr gut. Folgt mir. Vorwärts. Bringen wir es zu Ende. Lass den Kampf beginnen. Die Hand des Eis ist ja nicht schlimm. Solange man sich davon abhalten, kann sie zaubern. Bereits. Schlimm sind die Nachtmache, weil die machen übelsten Schaden und stecken ein wie nichts. Gut, solange sie auf unseren Zyklopen gehen, ist alles in Ordnung, weil der kann einstecken. Der ist ja auch max level. Allerdings sollten wir zwischen den Nachtmache kämpfen, dann... Auf mein Kommandos. Warten. Auf mein Zeichen. In die Schlacht. So, der kommt nicht zum Zaubern, weil wir auf ihn einprügeln. Gut. Guck mal, sollten wir jetzt warten, dass sowohl das Mana von unserem Irrfield, als auch unser eigenes etwas nachproduziert wird. Und ja, hier hätte sich jetzt wirklich der Obstkorb angeboten. Also, der Irrfield ist schon fast wieder voll... Wow, das ist nicht so gut. Auf mein Zeichen. Für die Freiheit. Auf mein Kommando. Oh, der konnte zaubern. So, dann würde ich jetzt die Zyklopen am Leben halten. roast doch mehr ins Toddlologie imschnitt. Dase 40, bis ein Avengers 06 12esper Jahrhund. Bis zum nächsten Mal.